Hallihallo Leute meine lieben Freunde und Gamer Gemeinde, Hatcher kommt zurück zu Annas Quest. In der letzten Folge haben wir den Geist beschworen und haben damit den vorletzten Zauberspruch bekommen oder Zauberzutat, den Segen eines Geistes, beziehungsweise in unserem Fall sogar zwei, nämlich Joinge und Joinda oder wie die heißt, keine Ahnung, haben zusammen ihren Segen hier reingetan, das bedeutet, wir brauchen nur noch die Rabenfeder und ich habe auch schon eine Vermutung, wo die ist, nein, die ist nämlich hier oben, hier genau da oben, da so, da oben ist die, die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir da hoch, ähm, was hat macht Ben, ähm, Ben, es ist okay, du kannst zuhören, der Geist ist weg. Oh, bist du sicher? Okay, aber, ähm, nur in der Fall, ich denke, ich werde einfach so bleiben, Anna. Och, Ben, nur kleines war die Scheine. Können wir das wieder mitnehmen? Schade. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Die Frage ist nur, was? So. Schade. Wie kommen wir da hoch? Hm, ich denke, ich werde das wieder verlassen. Das war mir irgendwie schon klar. Ich denke, es gibt keine Spelle, die... Schade, 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 schade. Mit dem Amulett. Hm, vielleicht nicht. Nein, das war mir auch schon klar. Das Amulett brauchen wir ja auch noch. Hm, mit dem Gemälde bestimmt auch nicht. Ich denke, ich werde das wieder verlassen. Schade, schade, schade. Wie kommen wir da hoch? Oh, ich denke, ich werde ihn verlassen. Okay, das hatten wir schon mal. Ich denke, es gibt nichts anderes, das ich jetzt ausführen kann. Hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht wirklich, was es ist oder was es macht. Hm, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Das ist eine... Vielleicht kann uns die Hexe hier was dazu sagen. Vielleicht... Hallo, wieder. Ähm, ich weiß nicht, ihr habt bestimmt gemerkt, aber ich habe übersprungen, weil wir das alles schon mal hatten. Mal gucken, ob die uns jetzt was Neues sagen können, wie wir da hochkommen. Das wäre ziemlich cool. Okay, hat es schon erledigt. Tschüss. Okay, reden wir mal mit dem Spiegel. Vielleicht sagt er uns was. Ja, 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 weiß ich schon. Hm. Die Überweste wäre noch nie eine Idee, aber da kommen wir nicht dran. Okay, da haben wir auch schon alles. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir wirklich da oben rein? Hier haben wir ja auch nichts mehr. Hm, da haben wir nichts mehr. Hier haben wir auch nichts mehr. Mit Joe Inge können wir bestimmt nicht mehr reden, der ist ja... Ich habe jetzt die Kauldron gebeten. Ich denke, das ist genug, um die Todes zu reden, um heute zu reden. Wenn du mal wüsstest. Einzige Lösung wäre das Kabel. Funken sprügende Kabel. Und da ist die Frage, wie können wir das bewegen? Ich werde es einfach so bleiben, wie es ist. Hm. Es muss doch irgendwie einen Weg da hoch geben. Mal gucken. Ja, das war mir schon klar, dass das nicht klappt. Hm. Moment, da haben wir auch nichts. Moment. Nein, das hat ja sein können. Aha. Mal gucken. Nichts auf meinem Schlauch. Und... Presto. Was haben wir denn da? Hübsches... Oh, wow. Es hat funktioniert. Hm. Coole Methode, also... Das wäre perfekt für eine Erkaufsruppe. Aber... Ich brauche, dass ich den Enden hervorhebe, um es nicht zu fallen, wenn ich es schlauze. Haben wir doch. Haben wir doch. Anna, haben wir doch. Zutzt. Das sollte gut funktionieren, als eine Erkaufsruppe. Sehr gut. Aha. Wenn ich es umdrehen und genug Momentum bekomme, sollte ich es all den Weg durchführen. Okay, hier geht's. Das ist ja mal ne coole Nummer, wa? Sehr schön. Jetzt können wir mal hoch. Toll, warum bin ich... Mehr Maschinen. Und ist das ein... Dragen? Poor little thing. Was macht die Kirche mit ihm? Okay. Der kleine Dragen ist weit zu schnell, um nichts zu tun zu tun, mit der Kugel zu tun. Das sieht sehr gut aus wie Grandpa's Generator auf der Kugel. Er hat seinen benutzt, um das Haus zu erzeugen. So, ich glaube, das könnte auch das gleiche tun. Ähm... Ich bin nicht sicher, dass das viel Hilfe geben wird. Aber entnehmen kannst du es trotzdem. Schutt, schutt, schutt. Noch höher. Gehen wir erstmal noch höher. Da haben wir den Raben. Finde ich gut. So, die Hexe. Der Mond. Holen wir jetzt erstmal das von dem Mond. Und wie fangen wir den jetzt? Am besten in dem Kristall, oder? Sicher. So, ein Amulet, der von der Mond. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, schön. Es ist jetzt alles blau und gläubig. Ich glaube, das bedeutet, dass es schuttet. Ich werde es einfach so machen. Hey, Mr. Raven. Gehen wir erst nochmal runter zum Zauberbuch und lesen mal wegen dem Thema Drachen. Das ist an sich eine ganz, ganz gute Idee. Wir haben da oben ja einen kleinen Drachen. Mal schauen. Nein. So, mal lesen. So. Ja, wir wollen mal lesen über... Äh, hä? Was? Ach, Gefälligkeit. Genau. Okay, wir sehen hier. Hm. Okay, hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht, ne? Gehen wir nochmal nach oben. Haben wir dann halt alles durchsucht und ausprobiert und genonsenst. Ein Spiegel. Oh, nein. Der pote kleine Drachen. Die Wälder muss das mit ihm getan haben, damit er diese Maschine erzeugen würde. Gehen wir den wegnehmen. Sehr schön. Willst du mit mir kommen? Ich bin weggekommen. I'm not sure he knows what to do with himself now. All right. Come on then. Don't worry. You're safe with me now. Okay, irgendwann Drachen in der Tasche gestoppt. Auch nicht schlecht. I don't really know what it is or what it does. I think that's a pretty good reason not to touch it. Jetzt haben wir einen Spiegel. He's such a cute little guy. Aren't you just the cutest little dragon? Don't worry. You're safe with me now. Ugh. I look so dirty. I need a bath. When I picked it up, it had a really long piece of string wrapped around the nail. Mhm. Mhm. Mal schauen, ob wir mit dem Drachen... Hm. I'm not sure what good that... Okay, hätte ja sein können. Gibst du das für dich jetzt selber an? Hehe. Not too happy about seeing another bird on his roof. At least he's distracted now. So, okay. Jetzt ist er abgelenkt. I can't reach it from here. I shouldn't use my power on that. That's actually a really good idea. Only, if I want to try doing anything to that spot, it might be easier from inside. Hm. Okay, dann müssen wir hier nochmal gucken. Ich weiß nicht wirklich, was es ist oder was es macht. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Grund, nicht zu touchen. Gucken, ob sich unten irgendwas getan hat. Sieht nicht so aus. Hm. Vielleicht eine Etage tiefer. Ich weiß nicht, was es ist oder was es ist oder was es ist. Was es macht, ich denke, das ist eine ziemlich gute Grund, nicht zu touchen. Wenn ich da durchbrechen werde, glaube ich, dass ich einen einfacheren Weg weiß. Hm. Wenn ich nicht falsch bin, sollte dieser Ort genau um die Bärsnest sein. Hm. Sehr schön. Jetzt kommen wir auch in die Fäder dran, ne? All right. Hier ist meine Chance. Easy, Anna. Just reach up. Pluck einen raus. Ah, ich bin sorry. Ich denke, ich bin besser hier raus. Batsch. Ich denke, er war nicht sehr beeindruckt, aber hey, ich habe eine Rävensefrau für den Spiegel. Ich habe den Zauberspruch fertig. Der kleine Mann hatte genug Freude. Ich gehe jetzt in den Spiegel wieder. Ich gehe es einfach, wie es ist. Okay. Coole Sache. Jetzt haben wir endlich den Zauberspruch fertig. Und das nur in drei Folgen. Yay. Warbar. Ein Hin und Her Moment, auch weil ich an den Zauberspruch und alles nicht gedacht habe. Also an diese Telekinese. So, und dann? Den noch, ne? So, und dann? Den noch, ne? Ich muss die Zauberfläche erst aufheben, dann kann ich den Amulett in die Zauberfläche kommen. Ah, halt. Vielleicht mit dem Drachen. Hm. Dragons are meant to be able to breathe fire. Sprech doesn't seem very fiery at the moment, though. Okay, da fehlt doch noch was. Such a cute, aren't you just the cuteest... Don't worry, you're safe with me now. Was war's? Was hat gefehlt? Kerosin, oder? Mal schauen, Drachen. Dragons are large, they have scaled skin, wing. To achieve this, they will consume kerosin. Paraffin, which ignites within their hot belly's. Was bitte schön ist Paraffin? Äh, da hab ich wirklich gar keine Ahnung von. Ja, maybe that would give him some fire breath. Hm. He is hungry, but there's something about these candles, he doesn't seem to like. Maybe there's something similar I can find that he prefer to eat. Hm. Mal gucken, ob wir eine andere Kerze einfach mal nehmen können. I think that's a... Yeah, maybe that would... Hm. He is hungry, but there's something... Maybe there's something similar. Okay, er will die Kerze essen. Die Frage ist aber nur, warum will er die nicht essen? Bestimmt mit dem Kerzenwachs. Maybe there's something similar. Vielleicht hier unten, das... I wouldn't be mean... I wouldn't be mean enough to send the poor guy... Okay. Das bringt nix. Hier oben. Willst du die Katze essen? Er ist die Katze. Hm, ah, vielleicht ja hier ausnubeln. Warum nicht? Hätte doch klappen können. Hier oben haben wir auch sonst nix. Hm. Er ist so ein kürzer kleiner Mann. Bist du nicht nur das kürzeste kleine Drage? Don't worry. Du bist jetzt sicher mit mir. Hm. Was müssen wir machen? Das ist schon wieder so eine... Blöde... Blöde... Rätseln. Nö, Mist. Mal gucken, ob wir das vielleicht anmalen. Ich weiß es auch nicht, aber... Hm. Nein. Nein. Mir reicht schon, wenn ich mal das No höre, das reicht schon. Voll und ganz. Wirklich. Diener dient, der will keine Kerze essen. Interessiert in diesem kleinen Mann? Nein. Nein, nicht interessiert. Hm. Er ist haus. Aber es gibt etwas über diese Kürze. Vielleicht gibt es etwas ähnliches, das ich finde, das er liebte, um zu essen. Hm. Die Frage ist nur was? Was könnte es Besseres geben? Öffne diese Kürze gleich jetzt. Hm. Well, it does say it's non-toxic. Alright, little fella. You hungry? Some, uh... Yummy Paraffin? Ha. Okay. Wow. He really gobbled that up. I think he's ready to start blowing out fire. So cute. Cool. Ja, und somit haben wir unseren vorherspeinenden Drachen fertig. Coole Sache. Und einfach wieder in die Tasche stoppen. Hast du recht. Oh, es ist wirklich schweinig jetzt. Ich denke, es funktioniert. Ich denke, es funktioniert. Well, für meine Sache, ich hoffe es hat. Ich denke, ich muss es herausfinden. Ich denke, ich werde es schnell herausfinden. Der Amulett hat sich entwickelt. Meine Worte haben sich verletziert. Du hast gut gemacht, dear Anna. Und du hast wirklich geschafft. Du... Du bist okay? Da hier? Ich wünsche mir nicht, dass ich dich nicht verlassen habe. Bitte, nicht über mich. Denn das ist mein Haus. Ich bin für dich da draußen. Ich werde gut sein. Ich muss sein. Ich muss sein. Für Grandpa. Dann warte nicht. Gehe weiter und weiter. Ich wünsche dir gute Glück und alles der Beste. Danke wieder, Mirror. Ich werde dich nicht vergessen. Okay. Zeit, Ben zu erzählen und raus. Wir sind endlich fertig. Und haben unser Amulett vollendet. Also unseren Zauber. Okay. Das ist alles, Ben. Ich habe es jetzt alles vorbereitet. Ben? Was ist falsch? Ben? Warte. Was ist mit dem Schrauben? In den Handwerken? Nein! Es kann nicht sein. Was? Wie? Was? Okay. 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 Ich bin richtig, Anna. Aber... Wie habt ihr... Sie hat es musiker aufs Niemöse. Ähm. Ich glaube, es ist Zeit lang. Wir stellen uns einen Ende an all diese 100-jährigen. Aber du hast recht. Oh, nein? Ich habe so weit gerecht. Ich bin nicht mehr Evang ich jetzt nicht. Ich muss ihn weg. Weg, blöde! Puh, verrattende Kind. Do you have any idea how long I've planned for this? Did you really think you would escape me? Where did you just come from? I just walked through the tower. You weren't anywhere. Oh, foolish child. It's witchcraft. I wouldn't expect you to understand. Ben. She's lying. She climbed down through the roof, Anna. I'm sorry. I didn't know what to do. Ben? Uh, nope. Not Ben. You wretched little runt. You deceived me? You leave him alone. Haven't you done enough already? Oh, I've had enough of this. Of both of you. I'm going to enjoy this. Hold still, children. This will only take a moment. Oh, spirits of the dead. Oh, ghouls of misfortune. Anna, I'm scared. It's okay, Ben. You don't have to worry. Rise from thy slumber. Disable those impugned. I'm here, Ben. I'll protect us. I should leave Ben out of this. Poor guy's too scared to move. I can't use anything from here. And with that ghost between us, I can't get any closer. I can't use anything from here, but the ghost could fly anywhere. No, I have to think more carefully about this. I can't use anything from here. Oh, okay. What? We're going to lose one. Ah, okay. A protection spell? It can't be. How could you? Are we still alive, Anna? I don't want to look. I don't know how you did that child, but it won't last forever. I'll break it down. Eventually. Okay. Äh, wie wär's damit? I could throw something at it. The ghost could fly off anywhere. No. I have to think more carefully. Äh. I could throw something at it. No. But that could... No. I could throw something at it. No. But that could... No. I could throw something at it. I could throw something at it. No. I could throw something at it. Oh, no. Hmm. Hm. 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 This spell will come down sooner or later, don't you, I'll break it down. I don't think there's any, Ich glaube, es gibt keine Spelle, die mir helfen können. Ich kann nichts von hier benutzen. Und mit dem Geist zwischen uns... Ich kann es nicht... Ich könnte etwas... Nein. Ich sollte die Baupläne verlassen. Ich könnte etwas... Nein. Ich... 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 Es ist wertvoll. Hm... Nein. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht so fokussieren. Ich glaube, ich kann es direkt auf... Das ist alles. Ich muss nur auf den richtigen Moment warten, um es zu versuchen. Ich kann es nicht so fokussieren. Jetzt! Oh! Ich, ich... Oh, 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 oh. Und so, mit der Witches' Plan enthwartet, die Frau und die Bear endlich machte ihren Weg. Rundt in die woods, ihre Ziel in der Nähe, Anna wusste nur die Platz sie müssten. Die Stadt von Wunderhorn, als die Mirror beschreibt, lag in der Zeit für die Pferde zu erreichen. Aber die Reise würde lang sein. Die Reise hat gerade begonnen. Und ihre Gelegenheit mit der Schmerzen würde nicht sein, die letzte. Okay. Okay. Hold... Hold on, Anna. Oh, Ben, ich bin sorry. Are you okay? Just... just a... a quick rest is all. I have a good feeling about this path. I feel like Wunderhorn's close now. I'm starting to sense a kind of... energy. Oh, wow. Maybe... maybe it's the wizard. Maybe? It feels like it's getting closer, though. Like it's... right... around... the corner. Ah! Oh, my. We're all a little nervy here, aren't we? Hmm? You... you can talk? Um... Anna? Is he the wizard? Hmm. No, strange bear fellow. A wizard I am not. But I must confess. I couldn't help but pry on your recent conversation. In this town, Wunderhorn, I believe I could be of some assistance. I wonder if a kind of... arrangement isn't too much to ask, my dear? Oh. Of course. If I can help, then I'd be happy to. Excellent. And please do call me Reynard. Pleased to meet you, Reynard. I am Anna, and this is my friend Ben. Well, dear Anna, you see I am... quite famished. And these woods, you see, they are scarce on rations for a creature such as myself. Oh... uh... oh... Oh, come now, bear fellow. What do you take me for? A savage. I simply require fruit from the tree, which my limbs are a little... ill-equipped to retrieve. Now, if you could be a deer... Okay. 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 Time to see if my practice has paid off. Hmm. Hmm. No, that didn't work. Hmm. Hmm. Reynard's waiting patiently for the fruit. Best not to keep him waiting. Hmm. 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 Ah, splendid. Bravo, dear girl. But I must say this. Method of yours. Uh, yeah. I'm actually a little new to it myself still. I see, I see. Oh, but where are my manners? First things first. The townsfolk of Vunderhorn, you see. They are an unenlightened bunch. Close-minded, some might say. A talking bear fellow may come as quite a surprise to them. Um, it's okay, Anna. I can stay here. I don't want to be a problem. Then I'm not leaving you. Not now and not ever. Hmm. Touching. Very well. Bear fellow, come with me a moment. I may have a solution. Oh. Um, okay. Anna, be it, dear, and turn away while the fellow gets changed, won't you? Oh, uh, sorry. Yes, of course. Wait. Isn't Ben already kind of... not wearing clothes? All right now, dear, come along now. Oh, Ben. You look so dashing. Wait. Is that... It is. That's Vunderhorn. It's just like the mirror said. Indeed. And at that, my end of the bargain is fulfilled. I bid the two of you adieu and good luck in these pressing matters, you speak of. Thank you, Reynard. Thank you so much. Come on, Ben. Let's go find the wizard. So it is true. The girl is telekinesis. Could it really be? Could she be from the farm of the Westwoods? Ähm, die Prüfung von Wunderhorn. Okay, Kapitel 3. Ach, die Prüfung von Wunderhorn. Ähm, Anna? Wo ist jeder? Ich bin... nicht sicher, Ben. I could be wrong, but I could have sworn I saw lights turning off as we came in. And people closing their shutters and locking doors. So you noticed it too then, huh? It's so strange. Never mind that. Let's just keep our eyes open. There has to be someone somewhere around here who knows the wizard, right? Okay, Anna. I'll let you know if I find someone helpful-looking who's not angry at us. I'm just a regular man looking for a regular wizard. Just an everyday thing. Der Ben ist voll cool. Ich mag den. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder von dem Part. Ähm, ich hoffe, euch hat's gefallen. Denkt an den Daumen nach oben, denn da wird man euch schluben. Von mir war's. Ich wünsch viel Spaß. Cheerio!